Niedlich, dass du denkst, das würde irgendwas ändern. Das vielleicht nicht, aber sie bestimmt. Die Kavallerie ist hier! Meint ihr, ich sei überrascht? Ich warte doch nur darauf, euch eure größten Ängste zu präsentieren. Oh, Twilight, musstest du uns denn so enttäuschen? Equestria lag in deinen Händen und du hast es zerstören lassen. Ihr solltet euch alle ergeben. Nichts kann eure eigenen Ängste besiegen. Wir mussten unsere Ängste nicht besiegen. Wir haben uns ihm lange genug gestellt, um dich abzulenken. Nein! Niedlich, dass du denkst, das würde irgendwas ändern. Oh, diesen Kampf habt ihr gewonnen. Aber ich gewinne die Schlacht! Ja, juhu! Mann, wir haben echt den Schlossboden mit dem Kerl gewischt. Danke, Twilight. Ach, das ist ein Spaß! Ja, es war ganz leicht. Was magische Kämpfe betrifft, war das ein Kaffeeklatsch. Mh, mit Kuchentänzchen. Ja, das haben wir gut geklärt. Ganz alleine. Soll das heißen? Ich glaube noch nicht, dass ich hundertprozentig bereit bin, aber werde ich das je sein? So wie ich dich kenne? Nö. Ich habe euch alle und wir haben die Elemente. Und zusammen haben wir nie versagt. Wir bekommen das hin. Ja! Phase 7 des Zweileitigseins. Und wieder einmal ist Equestria in Sicherheit. Was machen wir zur Feier des Tages? Ich wäre für ein Kuchen-Tänzchen! Was ist denn jetzt los? Ich, ich habe keine Ahnung! Fortsetzung folgt.